So meine Freunde, was ist rot und steht am Kopierer? Eine Paprikantin. Was schmeckt wie Zucker und kann singen? Stevia Naidoo. Der gefällt mir. Was kauft ein Mann mit zwei linken Füßen im Schuhgeschäft? Flip-Flips. Doch, Flip-Flips. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut! Was ist das Gegenteil von Katalog? Katas sagte die Wahrheit. Was hüpft über die Wiese und qualmt? Ein Kaminchen. Wie heißt der Bruder von Elvis? Zwölvis. Doch, der heißt so. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Verstanden, Sini? Was hat vier Beine, ist grün und braun und wenn es vom Baum fällt, bist du tot? Ein Billardtisch. Klasse. Was hat man, wenn man sein Handy auf dem Kopf trägt? Eine Handicap. An welchem Urlaubsort wird am meisten geflucht? Der erste mal. Der erste mal. Ah!